Und dann patchen die immer mehr unnötige Dinge rein. Am Anfang ging's ja noch. Aber dann kommt immer mehr unnötige Scheiße. Jedes Update bringt nochmal irgendwie eine neue Scheiße. Da müssen dann Boote rein, Autos, wir brauchen nur Flugzeuge, wir brauchen Helikopter. Wir brauchen alles, Alter. Ich denke, das Einfachste war wahrscheinlich wirklich das ganz simpelste Erste, wo eigentlich gar nichts passiert ist. Das war ja mal vom Kursen. Oha, wie clean. Guck mal, wie die Kurve ich gemacht hab. Aber kurz vor Knab. Sieht komisch aus, wie es eigentlich da näher wird geht. Aber man trotzdem alles in Hänger kriegt. Aber kurz vor Knab, Jungs. Wir haben jetzt uns eigentlich dieses Teil schon näher, aber es sind noch 50% drin. Geil. Mann, aber was soll ich halt meinen, dann haben wir drei Videos die Woche. Und ob wir Sonntag ein Livestream schaffen, ja, nein. Oder Samstag gesehen wir ja dann. Das muss ja auch nicht jede Woche sein. Wenn halt mal Schule mit Arbeiten oder so mehr drückt, dann ist halt mal nicht jede Woche. Dann ist halt mal eine Woche nicht. Auch nicht wild. Zumindest für dich ist dann jetzt auch nicht mega schlimm. Du kannst doch den jetzt schon losfahren mit dem Minus. Mach ich auch, wenn du hier begonnen hast, dann kann ich nämlich auch wenden. Aber ich glaube, entspannte Sache. Ich lade die Videos hoch und dann erstellst du Subness. Musst du jetzt stehenbleiben und warten, dass du jetzt ein bisschen Anelouchi leischt. Anelouchi leischt. Muss man noch was machen? Außer Düngen, äh, außer dem Dingens. Mann, nach dem Säen noch düngen und dann ist es wieder ready, das Ganze. Diesmal müssen wir nichts plügen, nichts kalken, wir düngen und dann spulen wir wieder vor. Dann geht's zur nächsten. Also Langzeitziel ist, ähm, Treasure. Ja, auf jeden Fall. Das ist Krampf. Das ist Kaffee. Also bis jetzt haben wir mit dem Feld 30.000 verdient. Ich hoffe, dass das Ganze hier noch hoch geht. Mittlerweile sind wir beim Preis von 1.424. Wir haben schon 6 Euro verloren. Also, also auf Langfristding ist auf jeden Fall wahrscheinlich nicht irgendein Feld in der Nähe. Okay, wahrscheinlich sogar fast eher Feld 7, weil das ist deutlich billiger. Dieses Feld 13 kostet 850.000 und Feld 7 nur 650.000. Obwohl Feld 7 von der Feldfläche größer ist. Erstmal ein Drescher. Ja, auf jeden. Wir brauchen erstmal einen Drescher, dass es hier nicht mehr ganz so Penis ist. Das ist hier anders scheiße. Ja, aber von den Feldern, die wir irgendwie interessieren würden, sind eigentlich alle Arzt teuer. Da ist Feld 6 und 12 schon das Beste, was wir je kriegen konnten. Alles andere ist hier alles so stockteuer. Ja gut, dieses Feld 14, 15, 16, 17, die könnte man noch kaufen, aber die sind so klein. Wenn, dann muss man irgendwann noch Feld-Ding sparen. Obwohl man andererseits sagen muss, eigentlich müsste uns das, die zwei Felder, eigentlich auch so weit erstmal bringen, dass wir ordentlich einnehmen können. Das ist genau dein Ding, gell, Mane? Das ist genau dein Punkt, was ich hier nennen muss. Warum heißt Knackele-Eck? Wer sich Eck genannt hat. Knackele, du kleiner Spaß. Nee, nicht Knackele, sondern Knöckel. Hallo. Hast du den Julian gehört? Okay, bin voll. Fahrverkaufen. Ja, jetzt will ich auch noch 30%. Ja, ist schon nicht schlimm, ich bin sehr schnell wahrscheinlich wieder zurück. Was macht Knackele eigentlich mit deinem Knockel? Wie jetzt Knockel? Hm, bis jetzt haben wir noch keine Knockels. Ihr müsst euch Knockels kaufen, wenn es Knackele in deiner Natur beleidigt. Mane, der Julian sagt, wir müssen uns Knockels kaufen. Hm. Nee. Weil sonst bist du doch in deinem Anwesen beleidigt. Ohne Knockels. Kann ich ihm prüchieren, aber kann ich aber auch wieder nicht. Kann man prüchieren, aber irgendwie auch nicht. Was kannst du eigentlich nicht prüchieren? Was kannst du eigentlich nicht prüchieren? Ähm. Stöcke in deinem Rektum. Ja. Ja, wohl, das findest du auch wieder geil. Ja, also Liebe, das ist ja nicht so toll, ey. Also er tut ja lieber auf tierische Wohnung. Die Frage ist jetzt eher, woher weißt du meine Fetische? Also Julian sagt, Vaseline findest du nicht so geil. Das setzt eher auf tierische Produkte wie Tier... wie normale Butter. Oder ist komisch? Weil du die besser findest zum Buttern. Ja. Auf jeden Fall. 19, das Neueste. Sag mal, wenn du nicht richtig. Ich bin gleich da. Ja, wir haben uns aber auch sau viele Felder gekauft, Choco. Wir haben zwei Riesen Gang. Knacker gekauft. Hast du gerade gesagt, wir haben uns zwei Riesen Gang gekauft? Dann was hieße. Knacker. Ja. Das ist auf jeden Fall eine normale Map vom Spiel aus. Das geht ja so. Das ist auf jeden Fall eine normale Map aus dem Spiel. So, Geld, steigt! Oh, lecker, lecker. Das ist cool für den zwei. Darauf stehe ich. Oh, geil. Ah, fast 30.000. Letztes Mal waren es 40.000. Na, ne. Letztes Mal waren es 31.000. Preis ist minimal gesunken. Aber ist trotzdem okay. Jetzt haben wir 60.000 verdient. Letzte Ernte war 85.000. Allein wenn wir jetzt nur einen Hänger verkaufen, haben wir mehr verdient wie die letzte. Wenn wir dann noch einen Hänger verkaufen. Es sind immer neue Maps. Jeder Landteil hat eine neue. Also, schon mal, dass ich wusste, dass jeder Landteil, jeder Landtag. Julian, der macht gerne eine Massenveranstaltung im Landtag. Julian veranstaltet bei den alten Politikern eine Gangway-Party. Als ob der da auch steht, dann kann man nur solche schädlichen Namen. Alter, der Julian sagt gerade, dass irgendein Politiker in den Landtag gegangen ist mit einer Gasmaske aus dem Zweiten Weltkrieg, wo noch Hakenkreuze drauf waren und gesagt hat, hier ist doch Maskenpflicht. Der Julian wäre einer, der würde den Sau machen. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, ich würde den Julian sehen, so als Bundeskanzler, der Julian. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, würde ich sehen, Alter. Nach spätestens einem Jahr hätten wir die Penissiktatur. Der würde einführen, dass in der Öffentlichkeit Penismassieren definitiv erlaubt ist und gewollt ist. Und keiner darf mehr raus ohne, und keiner darf mehr raus mit Hose. Jeder darf nur noch raus, wenn er nackt ist. Und den Schwert nicht immer in der Öffentlichkeit baumelässt. Und Julian muss immer den Lachs dabei haben zum Butter. Ja, dann warte, ich komme angefahren im Hänger. Komm im Hänger! Nein, komm doch hoch. Ich fahre du jetzt nicht hoch. Ich bin doch schon da! Hier, komm! Bleib doch da! Ich fahre 53, du nur 20, du Fisch! Jetzt fahre ich wieder runter. Jetzt fühle ich mich in meiner Ehre gekränkt. Moin, moin, mein Aktiven! Und hey zusammen zu meinem neuen YouTube-Video! Ich fahre mein Rohr raus! Ich fahre mein Rohr raus! Da ist das Rohr! Komm, fahr dein Rohr raus! Ich will es in meinem Hänger spüren! Ich lasse die Scheiße reinlaufen! Tschubi, hol dir doch das Game, du kannst mitzocken! Rapskönner sind schwarz! Das sind eher genommen Samen! Soll ich mal zitieren, was Julian gerade gesagt hat, Arne? Du gehst auch zur Samenbank, aber du bringst dort nichts hinzultern und du holst dort immer nur ab! Er will dich am Hops nehmen! Glauben, wie man... Musik ... ... ... Musik 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 Wenn die runterkommen sollen, dann zeigst du denen das hier. DIGGA DIGGA WHY Du weißt schon, dass unser ganzes Feld kaputt ist. Ja, jetzt stell mich wieder auf, Bro. Schön. Bro, ich komm hier nicht mehr hoch. Ja, Bro, wir brauchen auch mal ein bisschen Unterhaltung. Ah, das ist keine Unterhaltung, Alter. Wir verlieren so viel Ante, weil du alles da kaputt fährst. Guck mal, wie viel wir da jetzt verloren haben, auf gut Deutsch. Das ist keine Unterhaltung, sondern Unterhaltverwaltung. Das ist deine Mutter in dein Arschloch drücken und dann geil finden Unterhaltung. Äh, ja, okay. Damit hab ich jetzt nicht gerecht, aber... Am einzigen Knackgeber... Musik 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 Oh Gott, mein Beiler, dass du nur hässlich gelungen bist. Nackt! Boah, hässlich kannst du auch nicht sagen, es sieht aus wie ein Penis, der Typ war was sonst. Scheiß, mit dem Schnitt. Ey, eigentlich finde ich noch so ein Julian-Meme, wie er so ein Mega-Penis aus der Hose hängt und dann oben so, ja, ein Stock im Arsch ist mein Fetisch. Also, andere Leute würden sagen, ich merkst, das ist ein Furensohn, und andere Leute haben recht. Spätestens nach einer Viertelstunde, die er weiterspielt, kann ich einfach nicht mehr, weil mir Kopf wehtut wegen Juliansprüchen. Da hab ich einfach geissig Behinderung. Da bin ich einfach plötzlich geissig Behinderung. Das hast du jetzt schon. Da bin ich einfach leid.